Habt ihr den schon eingenommen, oder nicht? Ne, der war nicht mehr weg. Deine Leiche da lang fliegen zu hin. Weiter gehts mit Minecraft Diverse. Und zwar, ah, die Map ist das. Ja, mit Conquest. Und diesmal wieder mit allen beiden anderen. Raven und Turtle Epping. Hallo. Ich esse gerade noch. Ja, ja. In der Ecke. Ich esse nicht. Lass dir Zeit. Es sind ja genug Spieler. Ja. Hier direkt zu dem Stamm. Naja, da haben wir schon mal, haben wir schon eingenommen. Das ist blau, ja. Ja. Ja, und wir müssen leider wieder mit... Oh, jetzt sind wir zwei aus. Äh, mit Hypercam aufnehmen, weil Xbox Game, der sich vorher wieder mal gesagt hat. Nö. Keine Lust. Nö. Ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Nö. Nö. Ja, ich bin verbrannt. Ja, komm. Nö. 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 Ich muss neu auswählen. Warum? Was? Warum musst du neu auswählen? Denn ich... eben nicht. Oh, Scheiße. Hier sind welche. Ach, einer nur. Da kommen aber ganz viele. Da kommt eine mit der Diarrüstung wieder. Ich hab die gerade alle verbrannt. Oh Gott. Ich krieg die ganze Zeit Punkte. Wo ich hier gar nichts mache, ich stieh nur rum, verbrenn ein paar Leute und hau wieder ab. So kann man es natürlich auch machen. Boah, der Schuss war gut. Na, wie haben sie? Da ist wieder ein Roboter. Ja. Oha. Fallhakel. Müssen wir wieder was einnehmen, sonst wird's eng. Äh. Äh. Bist du noch einmal? Bist du noch einmal? Bist du noch einmal? Bist du noch einmal? Bist du noch einmal in dir. Bist du noch nicht annehmen? Da sind viel zu viele rote. Oh, ich hab meine Bombe leider nicht mehr. Hab sogar Fett ihn noch. Ich du noch mal so viele rote. Ja. Wenn die da sind, dann kann ich mal gucken, ob ich mit anderen irgendwo hin kann. ich habe einen gebrannt. Oh ja, ich habe einen gekillt. Abstauber aber. Jetzt mache ich die Abstauber. Oh, wie blöd. Ja, in die Ecke stellen und von dort aus berust können bisher auch sowas von. Oh, einmal mit der Rüstung ist nervig. Ja. Naja. Dafür levelt man sich ja auf. Um irgendwann auch mal so gut zu sein. Mit der Rüstung. Ja, mit der Rüstung kriegt man nur mit bestimmten Kids, ne? Ja, ja. Aber auch erst, wenn man die dann aufgewählt hat. Das meine ich. Eigentlich müsste man alle Kids als höchste aufleveln, aber da fehlt man für die Geduld für. Ja. Solange der mit zur Spiegel geht. Kommt. Eingenommen. Kommt. Und schneller, schneller, schneller. Oh, da ist einer. Nein, ihr nehmt euren Turm nicht wieder ein hier. Das ist unser Turm jetzt. Ich hab die einfach alle angebrannt. Ja, wir sind hier gerade hinten bei einem anderen. Ja. Sagt einfach, wenn an dem, an dem unserem Turm direkt bei uns an der Base ist, irgendjemand da ist, ich lasse sofort die Sprengladung hoch. Ja. Ja, ich bin mal fast nicht da. Also, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, hier hinten in dem Turm, das sieht einfach gar nichts. Ah, jetzt, da ist einer. Scheiße. Scheiße. Ich komme nochmal. Ah. Nein. Das ist nicht da. Okay. Dann gehe ich aber zu dem Abend. Aber ich krieg die beiden hier nicht. Und die nehmen gerade unsere Dings ein. Scheiße. Ja, Ewald. Ich hab da einen Kill gemacht. Ja, den müssen wir jetzt wieder nehmen. Da drüben haben die schon wieder einen Raum. Weil da waren nur zwei Leute. Komm. Ich schaff das. Und jetzt so seltsame Geräusche. Weißt du nicht? Ja. Das Einnehmen-Geräusch. Ah, Mist. Oh, mit der Rüstung kam der wieder. Oh, jetzt haben wir aber total viele. Drei hintereinander eingenommen. Das ist nicht gut. Ja, ich bin auch gerade in einem. Aber die sind da noch. Also, ich krieg die nicht. So, bei uns war gerade hier am ersten Turm wieder was los. Hab ich gesprengt und dann getötet. Super. Mit Eisenrüstung und Eisenschwert. Ja, genau. Geht zu dem, geht zu dem. Da bin ich auch gerade. Bin hinter dir. Bei dem? Wo? Aber ich hab keine gute Rüstung. Also, ich bin wahrscheinlich gleich direkt weg. Ah, ein bisschen. Mit dir, Rüstung. Ah. Kommt sofort wieder. Nein. Mit dir, Rüstung. Das ist so nett. Ich mein natürlich, man muss sagen, sie haben, dadurch, dass sie sich dauernd hochgelöffelt haben und sie oft gespielt haben, das natürlich auch verdient, kann man so sagen. Aber trotzdem. Im direkten Kampflergegen. Oh, ich komm jetzt zu dritt. Ich bin einfach an dem vorbei gerannt. Ich will nicht, dass es lang gut gehen wird, aber egal. Oh, die kommen hier, du Gott. Ich komm mir hinterher. Ich laufe hier weg. Komm mir nicht rein. Ja. Aber wenn sie hier sind, sind sie nicht an unserem ersten Schirm. Das ist immer gut. Ja. Ich hab einen, der läuft mir hinterher. Ich wollte dich zu laufen. Warte, du bist schon wieder da. Ja, ich bin grad tot. Für wen? Na, der kämpft grad schon neben anderen von uns. Ja. Komm mal weiter. Ich. Ich hab gekämpft. Bisschen helfen. Ich muss ihn nur einmal anhicken. Oh Gott. So, Feuergranate reingedruckt. Perfekt. Bombe. Granate. Einer weg. Ja, ich hab eingeprägt. Wir müssen hier weitermachen. Oh. Ich hab grad mal einen traurigen Blick auf unsere Tickets geworfen. Ja, aber direkt zu den Tonnen. Ja, ich bin schon wieder am Weg. Wir sind zu dritt dann, ne? Perfekt. Ratet auf mich. Ja, ich will schon mal schnell ankommen. Ja, klar. Ich will nochmal Punkte kriegen. Ja, ich will auch, deswegen. Direkt. Ah, perfekt. Gut. Da würdest du mich dauernd hier umbringen lassen. Das ist das Problem. Das ist nicht. Das ist nicht. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht damit wir nicht direkt gesehen werden. Hier. Damit die nicht vielleicht unbedingt direkt kommen. Aber ich glaub die kommen da schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, schau mal. Oh Gott. Wo war das? Hier war eine Mine. Oh. Ich bin weg. Ganz mal. Ich versichere. Hallo. Aber wir sind momentan wieder in Führung, ne? Auf einmal. Ja. Oh, das wird spannend. Wir müssen noch ein paar killen. Aber ich krieg die nicht zu killen. Das können verbrennen und dann wegreiben. Ich krieg die nicht unter Vorbereitung. Ja. Ich brauch mal hier ein paar zu killen, ne. Wer ist die gerade mit Türen? Das können wir immer noch. Uiuiui. Nein. Nein. Wir können das aber schaffen. Noch fünf Tickets haben die nur noch. Ich bin grad fast tot. Ich hoffe. Und ich glaube. Jetzt haben wir das eingenommen. Jetzt haben wir 9 und die 4. Oh, da kommt dann wieder einer. Oh, ne. Okay. Nein. Wir müssen jetzt hin zurück, damit wir nicht ins Treffen. Wir müssen noch zwei Leute kennen. Aber die kommen gleich hinterher. Und wir dürfen halt auch noch fünfmal sterben insgesamt, ne? Die kommen immer noch hinterher. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch eins zu leben. Ja. 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 Die ist ganz schön, oder? Ja, denk ich auch. Dann sehen wir uns gleich wieder in einer zweiten Runde. Bis gleich. Tschüß. Wir sind wieder zurück? Genau. Gehen wir rechts rum, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. So, da werden wir jetzt direkt auf die anderen noch treffen. Ja. Es gibt auch mal genug Leute, die schon hoch gehen. Da links die Leiter. Von daher können wir uns ganz mal darauf konzentrieren. Redext hier schön den Turm einlegen. Warte doch auf mich. schütteln noch Punkte doch du kriegst die Punkte ganz schön wenn ich auch mal hängen geblieben oh da ist einer, da ist einer der kommt direkt zu dem Turm ich hab schon wieder 10 Punkte ich auch ich hab nur hingegangen so wieder nach rechts kommen ja, komm, los, Bergen macht ein bisschen Spaß ja mit dem Bogen ist es auf Abstand kämpfen immer sehr leicht und dann mit so nem Kit, wo man nur nahe kann recht nervig so möchte ich erst mal die Bombe werfen wenn ich jemanden sehe ach, uh, hier ist einer an unserem Stammturm für die Errüstung, der nimmt den grad einen ja, ich komme nochmal aber ob ich den nicht direkt gekürtet, aber ich kann's mir das ein bisschen aufhalten, dass der eingenimmt ja, jetzt bin ich weg aber jetzt müssen wir schnell wieder hin direkt wieder hin ich bin schon auf dem Weg ich bin so nah wenn wir jetzt erstmal nur aufhalten können oder bisschen rauszögern können und zwei das hat das gemacht ich bin auf dem Weg ich verbrenne die die ja, einer ist weg der ist jetzt schon Minen ja, das ist ein Problem so, der ist runter ja komm schon hin oh hier irgendwo stehen bleibt ja einnehmen, einnehmen, einnehmen uh so so wenn alles gut läuft, kann ich nach der Runde den nächsten Pyrro äh, nicht Pyrro, äh Scouse Level erreichen verdammt, wir liegen zurück oh ne jetzt nicht mehr, also momentan grad ja, dann fehlen uns 500 Punkte vom Sieg, ne wow, yes das war gut ja, zum Glück hat der Scout einen Rutschduss wir liegen doch zurück ne, wir haben grad 120, 113 Tickets chillen oder im Turm chillen ja wir liegen immer noch zurück warum liegen wir zurück, du bist auch in Team Blau, oder? nein wie, du bist nicht in Team Blau? ach der ist einfach im Gegnerich in Team das ist ja auch mal Paretter Paretter? was? oh ja, oh hier kommt jetzt vieles das ist nicht zu sehen komm wir, ja einer war jetzt den Einbrunner ja oh das ist zwei, oh Gott ich komme wieder das ist ein Pyrro ich denk was ich denk was ist mit seiner Anzeige getafeln los der ist einfach im anderen Team und direkt wieder rechts zu unserem Jupp unserem Säulchen unserem Säulchen, genau in paar Minütchen bin ich da ein paar Minuten, ja ja Minütchen also ja, das war Betonung auf Minütchen, ne? ja habt ihr den schon eingenommen ohne mich? ne, der war nicht mehr weg ne, der war nicht mehr weg deine Leiche da lang fliegen zu hin oh, jetzt ist aber echt knapp 98 zu 97 komm schnell ja, ich komme oh jetzt liegt es geht doch jetzt ihm schon vor komm direkt wieder hin wir nehmen unsere Säule wieder ein oha, ich hab einen Kill ich hab Punkte für einen Kill gekriegt weil er verbrannt ist nachdem er mich gefüllt hat diese doofen Bomben das ist immer lustig oh, wir müssen aufpassen ja, die kommen, die kommen wenn ja auch von den Tickets her meine ich ja ach scheiße, das ist ein Pyro ah, Hilfe ich bin mal weg das ist doch selber, Alter meine Güte, ich hatte das mit dem Pyro ich mein, selbst ein Pyro zu sein ist bestimmt besser als von einem Pyro getült zu werden eigentlich ist selbst ein Pyro zu sein ziemlich schwer die kriegt einfach irgendwie oh, hier kommen gerade zwei zu uns also nicht nur zum Stamm, sondern weiter noch zu unserem Sporn ich hab die aber verbrannt als Rachen für dich komm, wir sind zwei Hilfe ja, ich bin auf dem Weg ich schlag beide auf mich ein einer mit ner Diagerrüstung wie läppsch ist das boah schämt euch lass mal wieder den Turm allgehen, so wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit? wo du nicht bist wahrscheinlich also wohl wohl oben oben ja in der Mitte oben weil ich bin ich geh nach links ich geh nach rechts weder hier noch da seid ihr nein, ich krieg die Punkte nicht mehr ich bin nicht schnell genug C'est moi, du bist gemein boah, sorry C'est moi, bist du gemein hm und jetzt werd ich auch noch hier mit der Mine angeschossen ja, danke die Mine hab ich gesetzt ja, danke da bist du ach nee so hab ich verbrannt so hab ich ihn runtergekickt ja, das Rispel hat was gut oh so wollt ihr das oh, ich geh hier mal runter, bäh so wollt ihr das ja, so wollen wir das oh, ich hab dieses Spider-Killer getötet ich hoffe, er hat sich nicht nachher Muffet getötet hm aus anderen Teil okay ich glaub sie ich glaub sie ist ja das Kampf hier drin und direkt wieder zum Filmchen ich hab bei dem einfach mal mit einer Granat hier mal direkt umgebracht weil ich genau in den reingeworben hab oh, da kommt der Töten oh, was ist jetzt hier los? oh mein, das ist denn gut einmal ne Bombe werfen zum Aufbau wo wir sind und ne Bombe, ja genau oh oh ich geh grad unsere Tickets, ne? ist gerade etwas gebrochen ja, ich bin immer das richtige Team ja oh, du bist ja ein dritter oh, von den Kills du bist ja ein Update, ne? du hast 160 Punkte bekommen yes, Update das mach ich jetzt noch da könnt ihr bei sein nein, das geht ja nur noch ich weiß nicht, soll man nur noch eine Runde machen, oder? nein willst du mit deinem Update angeben, ne? guck mal, das mal eben Level Up ach, das hast du schon gemacht, ne? freigeschaltet was hab ich denn? yes, Protection 1 auf der Brustplatte genial das sieht nicht dann noch aus, als könnte man ah doch, ähm, Engineered ich baue noch 1625 Punkte dann bekomme ich 4 Minen und C4 anstatt nur 3 so wird Team Blau werden ich hab keinen Woll-Block ja, dann mach noch einen Rechteck irgendwo auf den Block ah, ok so, blau mal sehen, wo Tödli gleich ist ne, auf jeden Fall mal sehen, wo ihr gleich seid das ist ein großes Geheimnis so, wir sehen 3 Sekunden noch mhm, ach, hier ist ein Tatsang wo wo hier ist ein Wälder, guck mal oh wo was immer das denn? hier ist jemand mit ganz vielen Ärzten als das von hier oben ja ja, ich hab jetzt schon mal, ähm was weiß ich, vorletztes Video da so über die neue Kanal haben mich geredet aber ich hab noch gar nicht darüber geredet dass ihr auch da mit einem Umfragen teilnehmen könnt darum nochmal mein Aufruf ja, krallen nur noch mehr mein Aufruf an euch weil bisher nicht so oh, die Map kenn ich gar nicht ne war noch gar nicht so doch, die kenn ich aber nicht von hier Verräter das ist eine super tolle Map und ihr seid einfach in einem anderen Team oh, schon keine Punkte bekommen ne das ist auch nicht aufzuladen die Map an sich kenne ich schon das stimmt schon ja ich finde die Map so anstrengend man muss ja so verlippen ja, Punkt hui oh so ich hab ihn angesteckt ja wenn man es dann getötet ist wenn so so und da kommt noch einer ein Püro ein Püro ein Püro ein Schärmelbeter Püro glaub ich glaub ich möglich und nein du nimmst das hier nicht ein völlig nicht zwei auf ein danke bitte da kommen dann gut oh man so so das zwei auf ein und fällst wieso machst du es dann selber hier ist einer 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 man kann da kann da kann wenn man da gleich wie schön viel rum stehen kann ich die ein paar ja genau da hinten da will ich auch Prozent Prozent die Städte die Städte und wird zum nächsten Mal das kommt für die Kameraden im Stich lassen sie ist im nächsten Mal ja hallo aber das ist echt kein mensch ich will auch punkte haben da ist schmied ist einer von unten ja ich denke ich habe eben auch mal roten bekämpft weil es irgendwie so weil wir einfach immer blau ja da drüben kann man wieder einen machen was war das ich bin in eine granate reingeschlagen worden das ist auch fies diese taktik das ist vieles oh Gott nein ich krieg den gar nicht wir verlieren gerade von den Tickets ja ich weiß wo bist du gerade? eine andere kämpfte hier irgendwo in der Schlucht es kommt dann noch zwei Tage her schade Tödli oh der das Wort von Gott wird gerade eingenommen nein ihr Tödli kommst du hier ja ich komme ich habe Lames getötet so das waren nur die Rache für jeden noch mal eben auch einmal getötet das habe ich dich auch einmal getötet so haben wir Quid-Tödli Quid sagst du? noch lange nicht erst wenn ich dich getötet habe ja da habe ich gedacht wieso darfst du mich auch noch nicht töten ja auch weil ich ich bin ich habe mich auch nicht zu targeten kein Teil ich targete dich nicht ich habe dich nur gerade nebenbei gesehen wollte dich töten der hat schon jemand anders getötet ich meine nur ich targete dich nicht ich targete nur einen Punkt wo ich einen Turm hier nicht immer einnehmen möchte der auch gerade erfolgreich eingenommen wird ich hasse diese Führung dieser eine in dem anderen Team der hilft nicht ja wir sind aber sehr am verlieren hier ist gerade einer yay eingenommen nein nein meine Güte sind immer am verlieren also nein da ist meine Bombe und dann hey was targetst du ich targette dich nicht ja ich habe einen Bürokollegen geklärt Kollegen ach das ist ein anderer ich kreckte er nein ich habe einfach euch beide getötet jetzt sind ja leider was ich wurde von Sardikt getötet jetzt habe ich die Punkte nicht gekriegt ich wurde gerade von Sardikt getötet Sardikt? lässt sich auch mal wieder blicken unglaublich Zufälle gibt es ja ich glaube wenig das war super gut ach man Mann gerade in dem Moment wo ich Punkte bekommen habe gestorben ja so läuft man auf einfach schön von Turm zu Turm rennen und der wird gerade von anderen Team eingenommen oh der hört sich da wieder hier ich hoffe ich dich nicht ich bleibe hier zwei Pyros auf einen hey 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 ja ist klar drei Grammaten auf mich werfen warum nicht ich habe aber wenigstens du bist Kacke getötet ich habe das Gefühl ich hätte das Update irgendwie ich habe das Gefühl ich hätte das Update irgendwie Bewertung da lassen wenn es euch nicht gefallen hat natürlich auch eine Bewertung Bewertung ist ja positiv aber eine negative dann einfach genau auch wenn es euch gefallen hat lasst dann eine negative da nö das jetzt nicht so na dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge tschüss tschüss tschüss